40 Jahre Laborpraxis Im Jubiläumsjahr hat das Fachmedium spektakuläre Entwicklungen in einer Meilensteinserie vorgestellt und ausgezeichnet. Mit einer großen Gala und 240 geladenen Gästen feierte die Laborpraxis Unternehmen, die mit ihren Entwicklungen die Labor- und Analytikbranche maßgeblich beeinflusst haben. Erli Keat hat bereits in den 1950er Jahren Gase für die Forschung geliefert. Seitdem hat sich das Unternehmen als Marktführer etabliert. Ausgezeichnet wurden wir für den Meilenstein der Gase im Labor, die in den verschiedenen Anwendungen in der einzelnen Laboren nötig sind. Ohne die Gase wäre ein Betrieb in den unterschiedlichen Laboren eigentlich kaum denkbar. Wir sind heute als Edikit schon sehr stark vertreten in den Bereichen Produktion und Analytik. Wir wollen aber dort noch stärker werden, um die Anforderungen, die unsere Kunden an uns stellen, auch wirklich erfüllen zu können und gemeinsam mit ihnen die Zukunft gestalten zu können. Meilensteine in Labor und Analytik – 40 Jahre Laborpraxis